Jetzt eben fix, was wir in der letzten Folge nicht geschafft haben, zu speichern. Ja, das ist ja... Ich nehme sowieso gerade in einem Rutsch auf, deswegen, auch wenn ich krank bin... Weicht denn natürlich. Ja. Jetzt weiß ich gleich nicht, den Fehler wieder nicht weiterzurücken. Ja. Ja, möchte ich fortsetzen. Wer mir jetzt einfallen würde, wäre da auch die Rote Elster, weil die kennt sich eigentlich mit schönen Dingen am besten aus. Fangen wir erstmal in den Dock, wenn wir den erreichen. Wenn er da ist. Warte mal, kommen wir denn eigentlich noch in dieser Schmuggelkopf da hinten rein? Ja, warte mal. Tut mir leid. Oh nein. Tut mir leid. Die hatten wir schon, okay. Und Dach. Ja, ich konnte in der Sonne stehen. Ich fasse es nicht. Ihr habt euch schon. Schnappt. Ja, gut schon. Verstärkend. Ah, hier können wir sowas herstellen und was wir nicht brauchen, können wir ja verkaufen, okay. Ich will an deinen Schrank. Eine Mini-Medaille, da war ich noch nicht. Okay. Oh, hier oben ist doch eine Wahrsagerin. Ich meine, die ist... Wo ist sie denn da? Ne? Wo ist die denn? Ich meine, oben war eine Wahrsagerin. Irgendwann kann die uns helfen, eventuell. Oder Doc. Hallo. Ich bin auf jeden Fall da. Okay. Nach Ascanata. Kann man hinpreisen jetzt. Das wäre auch das nächste, wo ich sowieso hinwollte. Oder zur Abtei. Oder zum Anfang, obwohl sie ja eigentlich alle das schon gesehen haben, da hinzureisen. So. Jetzt soll ich mir mal kurz muten, oder? Ne. Es geht. Ich wollte gerade niesen. Deswegen muss ich mal aufpassen. Uns übersteuert das extrem. Aber es geht eigentlich momentan relativ gut. Da ich das kenne, wird sie bestimmt nicht vorhanden sein. Oder er gibt sie nicht raus. Kokok. Kann er da? Guck mal, in sein Schlafgemach hier rein. Oh, jetzt muss ich bis morgen warten, oder wie. Oder ich übernachte einfach unten. Lulululululululululululululululululululululululululululul. Dass der nicht einfach wach wird, wenn ich daneben stehe. Gern alle seine Sachen klauen. Sein komplett vermvs. Schwarzgammalieren. Äh, wo war es denn da? Hallo. Großmutti. Jau, übernachten. 5000 Taler. Auf jeden Fall geil. Affen, geil. Mir hat sich gefallen. Hab schlecht geschlafen. Ich muss ja für nix so wieder nix hier schlafen bei dir. Deswegen war das nicht schön. Ah, das mit dem Tor war einfach nur so schnell. Noch ein höher. Ah, nein. Ich weiß schon richtig. Da. Da. So, what brings you to my kingdom? Ich weiß, es ist ein von unseren Träßern seit dem Ancien. Aber ich kann nicht sagen, dass meine Ehreinheit... Es ist sicherlich locked in der Vault unter dem Kastel. Diese Brücke hat sich verabschiedet... Hier sind wir. Toll, und wenn er nicht trifft, was dann? Hinterher, go-go-gidget. Ich folg dir, ich folg dir. Äh, äh, ach nö. Ja, dann müssen wir die wohl, äh, wiederholen, ne? Ja, mach du mal. Ich bin dann schon mal weg. Ciao. Bis der da fertig ist mit seinen Guards. Sein Stadtfahren bin ich. Oh nein. Hallo. Hallo. Oh, ich hab sch... Oh, da sieht der jetzt schon gruselig aus. Oh nein. Klunker Beutel. Kleingeld. Hier. Ah, wieder Turbo. Zack. Äh, gucken, ob's da... Warte mal, der A ist alleine. Moment. Der A ist alleine, das heißt, ist es gar nicht mehr so schlecht. Doch ist die anzugreifen, dann den und eventuell mit dem... Küstchen, Küstchen. Ich will aber nicht tanzen. Schlaf. Dann sehen wir auch gleich, wieviel Schaden die aushalten. Okay, irgendwas um die 60. Tschüss. 60 rum, okay. Die haben auf jeden Fall Geld. Geld mehr als Erfahrungspunkte. Guck, guck. Äh... B-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b. Hier geht das nicht weiter. Also kannst du nicht hier weitergehen. Nein! Lass du hassos. Tücher und scheiße. Ähh, zauber hab ich natürlich nix. maulwürfchen okay die pen auf jeden fall schon ein aber nicht konzentrieren jetzt ist er wieder wach noch nicht konzentrieren ja okay noch mal so war gar nicht schlecht und nehmen wir machen wir noch mal gehen obwohl er könnte eigentlich eine mega steckung machen übertreib ich muss jessica nein ich wollte nicht fliehen ich wollte doch kämpfen mit leilung das wird natürlich jetzt das wird jetzt hart hier ist das schon wieder der ausgang gehen wir frontal auf einen drauf konzentrieren ich doch nicht so bitteschön möchtest du bestimmt auch haben na doch das schafft der nein ach komm bin ich verwirrt hier machen wir noch den drauf und dann machen wir einen schlummerfall auf den letzten naja hat sie erledigt gute nacht aber ohne eine karte durch so ein wirrwarr ok wo bin ich jetzt ok hinten ist schon mal eine höhle geht es jetzt hinten weiter oder wie oder was zurück so hier 25 gut dass er schon mal schläft und auch wieder wach ist gengis ist das ja ich gönne dass du so viel schaden musst alter schwede aber nicht dass du so viel schaden musst das wollte ich jetzt nicht warte mal du hast heilung das reicht hierfür das reicht sogar dafür das reicht dafür locker geht das hier noch weiter und eine schatzkiste ich wäre doch arm wenn jetzt schon da drin wäre lebensamen den lebensamen den lebensamen elf von den minzen schon den lebensamen den den könnte eigentlich jessica haben weil die sowieso so tief ist Lassow Haussos nein so gehen wir erstmal schön auf ein konzentrieren Nein, das war schon richtig, ich muss auf die Zeit achten.